Es ist jetzt fast dunkel oder wir sind in einer Dämmerung. Enormer Schall. Dummbumm. Zweige Plus. Let's go. Dummbumm. Normal. Gerade hatte ich den Mittel gefindet. Gut. Dummbumm. Zweige Plus. So. Zweite Location. Dummbumm P1. Let's go. So. Alter. Dummbumm F2 Single Shot. Let's go. So. Dummbumm. Zweige Plus. Ja. Gut. Aber vorderne Masse ist da drin. Ich leg den hin. Für Sicherheit. Wow. Die sind ganz schön stark heute. Muss ich sagen. Gefallen mir richtig gut. Also für die. Geringe NM an Zahl. Also hier. So schauen die aus. Nochmal. Dann geht's direkt los, Leute. Alter Schwede. Dann geht's los mit der Dummbumm Batterie. Schau mal wo ist der Hauptentzündung. Schau mal wo ist der Hauptentzündung. Schau mal wo ist der Hauptentzündung. Okay. Los geht's. Ich hoffe es geht mit dem Windgeräuschen. Lochwan. もar. Ba Belle Pipiskierschevxgsmitte. Schau mal wo ist der Hauptentzündung. Gabrielleなので friede gibt batteri. grips mit Kelling. in der Beobacht inf comes. A reality ww. viele посмотр mahobür. Wir � Знаßen die Felsちö derzeit. Die Felschund Otto��ảm. Oahu 해�els hat module. Siehst du. Warum? Ich hoffe der rollt nicht irgendwohin, ich werde da gleich mal ein bisschen hinzoomen. So, let's go. Komm schon. Und Dumbum Mittel. Los geht's. Ja, die gehen schon, die drücken ordentlich. Dumbum Zweige Plus. Los geht's. Scheiße im Gras. Zieht schon gut. Einen noch. Scheiße, wieder im Gras. Boah, der war heftig. Alter. Der hatte richtig Druck. So, wir sind jetzt hier draußen. Jetzt kommt der normale Dumbum. Dumbum. P1. Auf geht's, Freunde. Ah, dieses Feuerzeug spinnt auch schon. Gut. Gut, dann geht's los. Dann komm schon, blödes Feuerzeug. P1. 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 ein bisschen schräger so ok leute dumm bumm zweige plus letzte location jetzt ich lege den da vorne hin gut leute und einen letzten schmeiße ich jetzt noch hier ganz weit weg so einmal p1 so p1 dumm bumm mittel dumm bumm mittel also der drückt wirklich da spürt man es in den haaren so Alter, dumme Musik, statt einmal noch schräg Untertitelung des ZDF, 2020